um die Welt ist eine Art das ist ziemlich schwierig aber das war jetzt episch nichts passiert Hi! Grüß Gott Auf zum Endspurt hätte ich gesagt Undying! Woosaa! Und wir werden es hoffentlich in diesen in dieser Jar 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 Videos heute durchschaffen Ähm, denn viel ist es nicht mehr Wir müssen jetzt noch eine ziemlich, ziemlich niedrige Endgegnerin äh, killen Und zwar die Elisabeth Nee, Bethany war's doch Bethany Die Lisbeth war die Erste Ähm, und wie auch bei Otto Keisinger und den ganzen Rest bin ich mir ziemlich sicher Ja Dass du eins in die Fresse kriegst Was ist das bei Ihnen? Dass wir Ähm, genau Dass der Entgegner ziemlich, ziemlich scheiße war Ah Stimmt Hä? Ich hab jetzt den Kollegen erschossen Stimmt Na gleich Sehr schön Ähm Ist der tot? Ist der nicht tot? Scheinbar hat's ihn nicht gefützt Ich weiß nicht, ob ich laden soll wegen dem Wie viel habe ich nur noch? Wie viel Heldpacks? Sieben Stück Warum? No risk no fun Okay No risk no fun Sagt der Herr Ah Die Schäden sind so super Donnie hat eine SS bekommen Nein Hast du die Vibration bis zu tief gespielt? Ja Ich hab's sogar gehört So ich speichere jetzt lieber nochmal Ah Oh Gott Was ist los? Hier schau Reden wir mit mir Ähm Oh mein Gott Ja Ähm Mehr kann ich dazu auch nicht sagen Frau Achso Hört grad nicht Was? Ähm Gleich Kackt der? Der ist nicht grad Nein der ist nicht dumm Der kackt nicht dumm Ja pressen Ich sag ich hab's noch 6 Stück Und ich hoffe dass hier welche drinnen sind Nein aber später Ui Das regt nicht auf Hopp Ah Hier liegen wir gut Ich hab ne Idee Oh Was olle Nein das war nicht gut Dommi Da laden wir bitte nochmal Ja lad halt Ja Du spielst Ich will bloß dein Approval dafür haben Ja Warte ein bisschen Erwürdig dich mit meinem Gesang Mit deinem Ton Gesang Oh leck mich doch an Haha Weißt du was ich geh jetzt voll auf die Radikalen Ich mach das jetzt ja Bis ich es gehört Ähm Mit ner Schrotflinte mit 10 Schuss Ja Uhhh 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 Ich speicher nochmal Ähm Ich flieg auch nochmal Soll ich gleich rüber fliegen? Flieg gleich mal Oder soll ich zuerst den killen? Oh Das werde natürlich auch nicht verkehrt Haste Haste Gib ihm zum Haste Scheiß drauf Schlitten mit ner Glan So Okay Health Pack Erstmal Health Pack of the Nation Oh god Ihr lerbt ganz heiß Bei Frage Zweiß Werder geschossen hat Das ist dumm Was schön hat der hier? Ähm Oh leck Der hat hier voll in die Eichel geschossen Das sagt man doch nicht Tommi Mensch Zu wirklich Der hatte voll in die Glanzen geschossen Ähm Ich darf ich Ich will nämlich diese Heel unbedingt haben Aber der da natürlich nicht Ah leck mich doch am Arsch ey Ha Double KO Ich hab so Angst vorm Endgegner Ähm Ist nicht daran dass du deinen Radikola noch nicht angerührt hast? Ja Wie wärs denn eigentlich vielleicht nur damit? Ist wahr Shield Das solltest du vielleicht mal öfter nutzen Ne Gut Das wird ja ein Lach Wenn es da still ausgeht Okay So Ähm Ich weiss nicht wie lang das hält Aber ich tu es auf jeden Fall Saven Weil ich will diese Scheiß Verdammte Kack Kackdrexen Wurzel Wurzel haben So Ich schätze erstmal ob hier auch noch irgendwas ist Ich schätze aber mal nicht Nicht Du hast mich enttäuscht Luigi ZIE werden dich finden Frage A nach 10 Ja, bababam gehts grad. Machen wir hier nen Save. Oh, mach doch keinen Save. Renn Daniel, renn, mach ein Shield oder irgendwas. Oder so. Das Shield hält mich sehr sehr lange auf dem höchsten. Ach, du hast das Shield noch aktiv? Ich schau halt mal meinen Bildschirm an. Hm, praktisch. Ja, ne? Oh, Healing and Save. Ah, ich kann auch mal den hier auswählen. Und vielleicht auch mal den. Also jetzt wirds voll langsam affig hier. Du barfst dich hier voll. Das bleibt nur noch anders üblich. So ein High-Level White Mage. Wo ist denn der? Der ist da oben gewesen, oder? Ja, lauf einfach weiter. Shit on it. Shit on it. Sollte ich einen vernünftigen Zauber auswählen. Ja, das sind zwei Millis, oder? Ne, das ist einfach ein Schütze. Ja, das sind zwei Millis, oder? Ne, das ist einfach ein Schütze. Jawoll. Und der von der anderen Seite schießt schon überhaupt nicht. Jawoll, das Shield hat es gut gehalten. Ich find das Shield richtig geil, oi. Ja, doch, das Shield des Springs. Oh, ich hab so Angst am Endgegner. Echt. Und dann wirds wahrscheinlich so ne Flasche wie ein Kaiser. Wahrscheinlich, ja. Das wird immer krasser, du. Der hat dich jetzt ziemlich geraped. Der hat dich jetzt verschlagen, kann das sein? Weiß ich nicht. Oi. Was ist jetzt los? Hat er sich aufgehangen? Oh je, hoffentlich ist dein Savegame nicht kaputt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Haha. Man macht nur einen Restart. Ja. Für euch siehts wahrscheinlich ganz normal aus. Bis gleich. Bis gleich. So. Wir haben nochmal kurz geladen, weil ja anscheinend grad eben was da schief gelaufen ist. Aber das war ja gleich da. Und irgendwo hinter mir hat ja auch noch jemand geböllert. Ähm. Und danach speichere ich normal. Ich hab jetzt grad echt wieder Angst gekriegt. Und die Savegame. Tja, wenn jetzt Ectoplasten halten, das sind äh, zielsicher oder so, ne? Sag mal. Oi oi oi. Der war jetzt nicht überhaupt gut. Ich hab schon was auskalt. Aber ich merk schon, der Schild, der ist äh, sehr gut. Muss man zugeben. Das hat auch in einem Eirost das Savegame. Geil. Hm. Geil. Ähm. Es sind wahrscheinlich fünf Stück da irgendwo. Oh, das ist auch. Schreit nach Schädeln. Das sieht jetzt tatsächlich aus dem Boden. Brennen. Haha. Bei den Boden. Ja. Ja. Ich hab Drums gespielt. Ähm. Und ich glaub, dass uns die hier wieder reingeht. Soll ich auch nur meine Wunderwaffe mit sechs Schuss nehmen. Hä. Ja, aber natürlich sowas. Ne. Ist das. Tot. Haha. Ja, ich soll drüber. Ja, ich soll drüber. Ne, ich soll drüber wechseln. Keine Helio, aber ein Phoenix-Eye. Wo? Natürlich. Ja, aber. Soll ich mal absichtlich daneben schießen? Okay. Hm. Das ist mir nur recht. Ui. Das hat doch noch gelebt. Stattalendlich. Etzer. So. Shave. Load. Haha. Super. Safe. Ja, Leute. Es wird langsam richtig eng auch mit denen. ein paar. Also auch. Da oben ist die Kütze. Auf dem Dach. Ich weiß. Kommt er nicht runter? Das schießt doch durch Holz, ne? Ja. Haha. Ziemlich cool. So, der ist tot. Ah! Ey. Disapprove. Das war ein falscher Zauber. Ja. Aha, die muss ich sammeln. Die geht ja auch noch. Ja. Okay, da bin ich anscheinend volle Mission. Das schaut so einladend aus, was? Oh mein Gott, ich hab nur noch sechs Schuss. Ach du Scheiße. Äh. Safe erstmal, oder? Das sind zwei, drei. Die dinge steht auch noch einer. Ne, das sind vier. Wow! Mein altes Herz. Dein altes Herz. So. Wenn es weitergeht, musst du zur Sense wechseln, ne? Ja. Ich glaub, das ist mir grad irgendwie so ein bisschen sogar fast recht. Ja, weil du bist ja eh im Melee. Ja. Aber den da hinten... Wir müssen uns erst mal saven. Aber das war jetzt grad ziemlich epic. Wie kommen da denn noch? Ah, die brauchte man so ewig zum Nachladen. WTF? So. Spawnen die? Bitte lass die nicht spawnen. So. Mach ein bisschen Sniper. Ja, ich wollt grad ihm sagen. Hoffentlich kann ich jetzt mir hier ein bisschen Dicks erlauben. Ja. Einmal. Es sind zwei da oben, ne? Echt? Krass. Na, sag einmal. Ah, die haben halt auch noch keine Hitboxes. Das heißt, auf Kopfschießen bringt eigentlich kaum was. So. Die Frau rennt hier so wirr umher. Die macht nicht ganz kirre. Ich glaub, das Blau macht mich auf Dauer auch ein bisschen kirre hier. Du wolltest in die Küche laufen. Ja, das zieht Frauen magisch an. Ich weiß. Healing Roots. Nichts. So. Muss ich noch bald am Ende sein, du. Oh, der Endgegner wird scheiße. Ich weiß nicht mehr, was man da machen muss. Ich weiß bloß, dass er mich extrem angepisst hat damals. Ein Dachs. Ah, ja. Ein Dachs. So. Jetzt bin ich von seinem Crusader. Äh, die ist begeistert. Äh, Feedback. Ja, aus guten Gründen. Ist ja auch ein guter Spiel. Oh mein Gott. Ich kann nicht aufnehmen. Was? Schon wieder voll? Ähm. Ah, da geht's weiter. Okay. Hui, 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 hui. Hm, wo geht's weiter? Wo... Ist ein Raum, in dem ich irgendwie... Hm. Ich will nicht wissen, was die denn da machen. Ist ne gute Frage. Boah, das finde ich viel ausgefallen. Auch ungewöhnlich für die Pflanzen hier. Ähm, genau. Hui. Ich glaube da oben geht's weiter. Letztendlich. Zwei gesäbelt. Geht's da oben weiter? Ich hab keine Ahnung. Guck mal. Einfach mal schauen. Irgendwo oben geht's weiter. Ähm. Wer lacht noch? Wer lacht noch? Uah! Alter Schwede. Zonk. Okay, ich glaube hier geht's weiter. Deswegen glaub ich jetzt mal kurz hier lang... Ah! Interessant! Om nom 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 hm 함 daw咖 dam. Lo 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 ho. Ho 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 ho. Die Verarsche? Ja, ja, die haste mir mal gezeigt. Ich mein jeder von den Zuschauern, die kennen auch schon diesen... Du könntest mal die Shisha rüberlegen. Ihr müsst unbedingt mal sterben. Ich hätte nicht auf dich hören sollen, Tommy. Ich habe die Shisha genommen, dadurch meine Dings hier. Dein ganzes Headset. So, genau was ich eigentlich nicht sagen wollte. Sucht mal nach Christoph Waltz, also der Typ, der auch bei Glorious Bastards mitgespielt hat. Nach Trolalalala und Christoph Waltz. Ich finde das so lustig. Der Humping. Mach mal schnell Angst, Chris. Ich unterhalte ihn zwischen unsere Zuschauer mit Fail Gameplay. Ja. So, wo kommen die zwei her? Der ist weg. Wo ist der andere? Also ich finde das eigentlich eine ziemlich gute Taktik, muss ich zugeben. Funktioniert relativ gut. Und ich habe mittlerweile... Ähm... 13 Healthpacks wieder. Oh, göttlich. So gefällt mir das. Äh, ich habe zwar gerade gespeichert, aber... ...und ich habe mir das Gefühl, dass ich jetzt mal kurz zum Endgegner komme, habe ich das Gefühl. Der Level geht schon einige Zeit. Okay, braucht ungefähr 20, der Zauber. Aha. Ah, da geht's hoch. Ist da noch einer? Nö. Nö. Healing Roots! Ah, ich liebe euch. Ist ja schon mit THC versetzt. Domi, ich habe gerade eben erfahren, durch eigenmächtige Eingebungen, dass die Healing Roots viel THC enthalten müssen. Wahrscheinlich, weil sie runtergepluppert ist. Aber du musst ja mal komplett runter schieben. Ich finde das lustig, wie diese kleine Viecher... Ah, Gott, Platz. Okay. Ich habe mir irgendwann mal meinen, äh, Manner ein bisschen aufladen lassen. So. Was ist das? Immer noch da unten, oder bist du schon weitergekommen? Ich bin schon ein bisschen höher, also... Kleines Büschel. Einladend. Kommen wir jetzt langsam zum Ende. Lass es uns herausfinden im nächsten Let's Play. Ey, das war's. Ja, genau. Aber wenn ich wissen... Genau das will ich es nicht tun. Weiß da noch einen. Nö, das war das die andere Hälfte. Achso. Die andere Hälfte vom... vom einen. Hast du mal wieder einen normalen Save gemacht? Ja, ne? Ja, ja. Ey, das ist aber schon eine geile Taktik. Gibt ihr das? Ja, das ist... Daraufhin habe ich vorher vorher voll viel Angst gehabt. Das zieht zwar mit dem Ektoplasma ganz schön am Mana, aber letztendlich eine geile Taktik. Ja. Ich finde es lustig, dass der dann schießt, der dann... Du kannst doch einhändig zuschlagen und schießen, oder? Richtig. Also ich kann ja beide Maustasten vergleichen. Der schlägt mit einer Sensor einhändig. Das ist linke Maustaste und das ist rechte Maustaste. Und wenn ich beide gemacht lasse, dann geht beides. Schaut aus, ob er seinen Arm abhackt. Ja, ich glaube, jetzt ist öfters ein normales Save gefragt. So knapp vor Ende. Also nach der Bethany dürfte eigentlich der letzte Fight sein. Oi. Ach, wenn die mich treffen, zieht das auch am Mana. Interessant. Zumindest hat das jetzt für mich ausgesehen. Ist das ein Mana-Schild, oder was? Gute Frage. Das wäre auf jeden Fall ziemlich scheiße, weil ich gerade nicht sehr viel habe. Da war eine komplette Leiche drin gelebt. In einem Top. Okay. Kein Problem, nicht.